Die Einheimischen hier, sagen wir nicht alle gleich, die haben schon ein bisschen Angst für die Ausländer. Einheimisch definieren ist halt extrem schwierig, weil wer ist denn jetzt effektiv einheimisch? Was braucht es denn zum Einheimischen sein? Was denn? Weiße Hautfarbe, katholische Religion, also alle nicht-katholischen Südtiroler nicht, muss man Deutsch sprechen, muss man Italienisch auch sprechen, muss man Dialekt sprechen? Also, wir kommen vom Hundertsten ins Tausendstel, weil wir versuchen, das Wort effektiv zu definieren. Ich sehe, als Mediziner, dass, wenn ich in ein Hohespedale gehe, mit meinem Kammiz, ich habe keine Probleme, weil mein Kammiz ein bisschen schwarzt mich, und der Rapport mit den Personen ist divers, weil ich eine Ausländerung bin. Und wenn ich meine Kammizze aus dem Kammizze bin, bin ich ein V-Cumpra, und ich bin immer die gleiche Person. Das Wichtige ist, dass ich mir diesen Vorurteilen bewusst bin, dass ich praktisch den Schritt jedes Mal wieder zurück mache und mir denke, okay, ist das so? Stimmt das so? Wenn ich diesen Schritt nicht mache, dann ist der nächste Schritt sehr leicht eine Diskriminierung. Ei, 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 ei! Ausatmen Ausatmen Untertitelung des ZDF, 2020